Ich mochte die Insel ja am Anfang nicht, weil ich ja Vorurteile hatte, aber bei Vorurteilen ist es ja immer so, dass das sich dann meistens am falschesten herausstellt. Ich mag es wirklich sehr, sehr gern hier und es ist natürlich so eine Art zweite, dritte Heimat geworden, auf jeden Fall.